und zusammen ich bin es wieder da haben und heute spiele ich wieder einmal ja ich habe gerade kurz eingehalten und hat mich und hat mir war auch schnitte aus meiner aus meinem vorigen teil angeguckt haben und damit kameraeinstellungen experimentiert haben so das ist wieder auf tour jetzt zweite folge dieses staffel wir fahren büroartikel nach bakersfield und da müssen wir hier nicht ich hatte diese beton holler hier darf man sowas eigentlich ich muss noch weiter ich wollte ich schon wollte ich ja schon und hier muss ich bleib so hoch ich bin drin und sei dann was ist das hier nur umgehung die frage mitgenommen manchmal darf man ja gar nicht in rückspiegel gucken wie gefällt ich nur so Warum gucke ich eigentlich in Rückspiegel? Hab ich sonst auch nie gemacht. Habt ihr das gesehen? Vorne der Pick-up da, oder was das war? Der ist nicht mal vom Gast gewesen. Der hat gewusst, dass die Ampel gespielt hat. So, ich glaube, hier wächst man irgendwo jetzt. Beim Hinten, also. Der Kick ist ja sowieso wächst und müssen. Okay, ein bisschen weiter noch. Ein bisschen weiter noch, wir sind ja nicht da. Ach, wir müssen doch durch. Wir müssen die Kreuzung durchziehen. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss in rechts. Ich muss weiter zurück, das ist gesund. Ich muss weiter zurück. Ja, ich denke gerade dran, ich wollte ja immer eine Tour in einer Folge schaffen, also bei den Langstrecken. Das ist nicht so richtig. Kann ich natürlich machen, ne? Ich war natürlich 30 Minuten. Das ist nicht zu lang. Motor City. Geh gleich, Samada. auch hier in der eisenbahn schrank in der eisenbahn da habe ich dass du noch beim letzten mal sehr schlechte erfahrungen so wir sind wir nehmen die schwere nach hinten rechts auf dem feld okay wir stetigen auch hier das ist schon fast zu eng klappt das, ich will das jetzt mal so versuchen letzt mal bin ich ja wieder zurück und das will ich jetzt mal so versuchen ja, ich kann noch ein wenig ich habe es nicht aber das ist das ist Das geht nicht. Ach, Scheiße! Das ist nicht meiner, Gott sei Dank. Das ist nicht der Grund. Das ist nicht der Grund. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.